Eine Windstärke aus Süd. Wo wollen wir hin? Nach Süden. Wir wollen nach Süden. Die Segel sind von Lennartag auch nicht mehr. Wir wollen immer noch nach Geza. Geza ist da vorne, wo man noch nicht sehen kann. Ja, leider bei Nullwind ist es doof mit Segeln. Wir werden nach Hessen fahren, wenn man selbst da ist, geht ohne Wind. Also Motor. Da wird in der Oste kein Wind. Da hält Nullwindwind. Da hat der Wind irgendwie gedreht. Her, hin, hin, her, was ja auch. Bisher in diesem Urlaub Wind zu viel, zu wenig, falsche Richtung, meistens gegen an. Und zwar schönes, schnelles Boot, was geil segelt, aber bei Nullwind schönes Boot, was unter Motorboot fährt. Na gut.